Ja, schön euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Manchen sieht man es an, bei manchen hofft man es. Klar, wir sind Menschen. Manchmal möchte man auch sein Innenleben nicht gleich nach außen tragen. Wir haben gerade Jesus besungen als König. Wahrscheinlich haben sich die wenigsten von uns dabei was gedacht. Also schon was gedacht, aber nicht in Bezug darauf, dass es eine höchst politische Aussage ist oder man sie als politische Aussage verstehen kann. Dass Jesus damals, vor 2000 Jahren, von seinen Nachfolgern, Freunden, Jüngern, Sympathisanten, als Herr, als Kyrius und als König angebetet wurde. Das hat sie verdächtig gemacht. Weil es gibt nur einen König, den in Rom. Es gibt nur einen Herrn, den in Rom. Es gibt nur einen, vor dem man seine Knie beugt. Vor dem in Rom. Das war ja dann auch gleich dieses ganz sensible Verhör. Warum die Juden Jesus dann vor Pontius Pilatus anschwärzen konnten. In seinen Augen hat er nichts Böses getan. Schon gar nichts, was Gefängnis oder den Tod verdient hätte. Aber das hat er ernst genommen. Dass sie ihn angezeigt hätten, er wäre eine Konkurrenz, er wäre ein König zum Kaiser. Da hörte der Spaß auf. Schön, dass wir heute Wahlsonntag haben und einfach so in ganz großer Freiheit Jesus als Herrn und als König anbeten. Die Frage ist natürlich auch, was hat es für eine Bedeutung, dass Jesus mein Herr ist. Ist das ein Lippenbekenntnis oder wie weit geht es, dass wenn ich im Notfall vor die Wahl gestellt werde, Jesus oder was anderes, wofür entscheide ich mich? Wir feiern Gottesdienst, weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, weil er hier gegenwärtig ist, durch den Heiligen Geist. Und von daher ist es für mich immer wieder ein ganz großes Vorrecht, eine Freude. Gemeinsam mit Brüdern und Schwestern Gottesdienst zu feiern. Ich habe mir überlegt, was für einen Predigtext suche ich heute an diesem inhaltsschweren Tag aus. Als ich heute Morgen am Schreibtisch war, in aller Frühe sind schon die Schmalspurschlepper, die Schalkhofenstraße runtergebrauscht. Da waren schon einige in den Reben. Oder geben heute ihre Trauben ab, für alle, die nicht in Ehringen groß geworden sind. Der Herbst hat begonnen. Dann ist heute Wahlsonntag. Ich habe heute das erste Mal an einer der beiden Stellen mein Kreuz irgendwo anders hingemacht. Finde ich sehr aufregend. Will ich es nicht hier sagen. Wir sind ja keine politische Veranstaltung. Wer Interesse hat, da mit mir ins Gespräch zu kommen, gerne nach dem Gottesdienst. Dann haben wir die Segnung von klein Theo, der schon wieder weg ist. Aber schön, dass er da war. Ja, und dann haben wir so die ganz allgemeine Lage deines und meines Lebens. Ich habe mir einen Text ausgesucht aus dem ersten Timotheusbrief und habe den überschrieben mit Gebet, Politik und Reich Gottes. Und hoffe, dass Gott diesen Text lebendig macht und jedem von uns und auch uns als Gemeinde etwas zu sagen hat. Ins Herz hinein wirft. Erster Timotheus 1, Kapitel 2 bis 7. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Ich habe es mir überlegt. Ich lese hier auch gern aus einer neuen Übersetzung. Aber bei diesem Text hat mir jetzt keine neue Übertragung wirklich gut gefallen. Deswegen nochmal Luther. So ermahne ich euch nun, man könnte mit Fug und Recht auch schreiben ermutigen, aber im Deutschen hört sich das besser an. Ermahnen. Ich ermutige euch nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in einer Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Ein inhaltsschwerer Text. Mein Schwerpunkt liegt auf dem dritten Teil, auf dem Thema Gebet. Aber ich will kurz gerne was zur Struktur dieses sehr schönen Textes sagen. Ich habe versucht, es betont zu lesen. Alle steht hier, sicherlich mit ganz großer Absicht, im Zentrum. Und ich habe es mal als ersten Punkt so überschrieben, Gott macht keine Klientelpolitik. Natürlich möchten die Parteien alle Menschen erreichen, aber der Schwerpunkt liegt auf der Klientel, auf den Menschen, die naturgemäß, die Grünen, die FDP, die CDU oder SPD oder wie die Parteien auch immer heißen mögen, den wählen. Also die eigenen Anhänger darf man natürlich nicht verlieren. Auch da müssen die Themen bedient werden. Gott hat hier nach diesem Text des Paulus wirklich nicht nur eine Elite im Blick, eine Klientel, ein Ausschnitt der Bevölkerung, sondern ganz betont steht hier alle Menschen. Weil Gott alle liebt, jeden geschaffen hat. Als Eltern lieben wir unsere Kinder. Sie mögen nicht immer das tun, was wir sagen und manchmal mögen wir vielleicht auch enttäuscht sein. Manchmal mögen sie sogar andere Wege gehen, sogar falsche Wege. Aber es braucht unglaublich viel in dieser Welt, dass Eltern aufhören, ihre Kinder zu lieben. Und Gott sagt, selbst wenn ihr aufhört, eure Kinder zu lieben, ich liebe dich weiterhin. Und weil Gott alle Menschen liebt, lädt er uns ein, für alle zu beten. Vor ihm ist jeder wichtig. Ich habe gerade schon die Amerikaner erwähnt, ich mag die Amerikaner, von daher darf ich auch was Kritisches sagen. In amerikanischen Filmen wird es als heroisches Ideal hochgehalten, dass kein Amerikaner im Ausland zurückbleiben soll. Also vor allem bei den Soldaten, aber auch bei den Zivilisten, Stichwort Afghanistan. Es ist unglaublich wichtig, dass jeder Amerikaner, bestenfalls lebendig, aber auch tot, zurückkommt in die Heimat. Keiner wird zurückgelassen. Und selbst wenn ich mein Leben dafür gebe. Auf der einen Seite bewundernswert, gleichzeitig noch auch die Frage, wie viel ist das Leben der anderen wert. Und da an dieser Stelle liebe ich Albert Schweitzer, der ja hier ein paar Kilometer von uns das Licht der Welt erblickt hat. Theologisch steht er uns wahrscheinlich nicht ganz nahe, aber dieser zentrale Satz, mit dem er seine Theologie zusammengefasst hat, die liebe ich. Ehrfurcht vor dem Leben. Das geht uns oftmals ein klein wenig ab. In unserer kleinen, beschränkten Welt, damit wir mit unserem Alltag fertig werden, verlieren wir die Würde des Anderen, des Familienmitglieds, des Nachbarn, des Gemeindemitglieds, des Arbeitskollegen, manchmal aus dem Blick. Weil wir selber angekratzt, verletzt oder was weiß ich sind. Gott liebt jeden. Deswegen ist ihm wichtig, dass wir für alle beten und keinen zurücklassen. Dass auch alle gerettet werden, das ist sein Wunsch, sein Anliegen. Keiner soll verloren werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Alle. Als ich noch im Kinderheim gearbeitet habe, habe ich das ganz oft den Kindern und Jugendlichen vorgelesen. Weißt du was? Du bist geliebt. Und gerade die Kinder hatten einen Mangel an Liebe. Gott liebt dich. Das steht sogar in der Bibel. Jawohl. Und dann habe ich diesen Vers vorgelesen. Da gehörst auch du dazu. Dass es nicht nur leere Worte sind, beweist Jesus durch sein Handeln. Dass er sein Leben gibt als Lösegeld, schreibt hier Paulus. Damit ist das Kreuzesgeschehen gemeint. Dass in jedem christlichen Gottesdienst, in jeder christlichen Gemeinschaft das Symbol schlechthin ist. Dass Gott Mensch wird und sich selber aufgibt, hingibt für uns. Und etwas tut, damit wir befreit werden von dem, was uns gefangen hält. Ein erster Gedanke, Gott hat alle im Blick. Und ja, auch dich. Viele von uns werden damit gar kein Problem haben. Aber manchmal gibt es Situationen, Krisen unseres Lebens, wo ich denke, mich liebt keiner. Nicht mal mein Ehepartner oder meine Kinder. Gefühlt haben mich alle verlassen. und wenn du heute Morgen da bist und das so fühlst, will ich dir zusagen, im Auftrag Gottes, im Namen Jesu, das ist falsch. Es mögen dich tatsächlich alle verlassen und Jesus hat es am eigenen Leib erfahren. Aber ich, sagt er, ich verlasse dich nicht. Selbst wenn eine Mutter ihr Baby, ihr Kleinkind hergeben würde, was eine Katastrophe wäre, ich nicht, ich verlasse dich nicht, ich liebe dich. Ein zweites, das Reich Gottes Programm, der Weg zur Befreiung und Veränderung. Es geht in dieser Wahl um Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Ankürbelung der Wirtschaft, die Rente und noch viele andere schöne Themen. Gott hat jetzt kein Wahlprogramm, aber sowas wie eine Regierungserklärung und zwar das Reich Gottes. Auch bei Gott geht es um Freiheit, um Wandel, um Veränderung, aber nochmal anders wie die politischen Parteien das für sich gemeinhin füllen. nach biblischem Verständnis ist der Mensch ohne Gott tatsächlich gefangen und selbst mit Gott lässt er sich immer wieder einfangen und zwar von der Sünde, die in dieser Welt ist, von all dem, was nicht gottgemäß, gottgewollt ist. Da können wir jetzt viele Dinge aufzählen, letztlich resultiert es in unserer Trennung von Gott, die sich dann ausweist und zeigt in dem, dass ich mit meinen Problemen nicht fertig werde und abends zum Glas Wein greife oder zwei. Plötzlich ist die Flasche leer, ich weiß nicht warum, der schmeckt halt so lecker, hier, der spanische Rotwein. Ja, schön. Die, die nicht aus Iringer kommen, die haben gelacht, ich danke euch. Beim Wein hört der Spaß auf hier. Ganz ehrlich, ich trinke nicht so viel. Ich glaube nicht, dass mir das passieren kann. Von klein auf wollten mich andere zum Alkohol verführen, hat nicht geklappt. Ich esse viel gerne. Süßigkeiten. Wenn manche Stress haben, dann hören sie auf zu essen. Da fange ich erst richtig an. Ungünstig. Ich hätte es eigentlich gerne lieber andersrum. Sieht meistens besser aus, ist auch gesünder. Naja, gesünder auch nicht wirklich, aber ja, ich will nur damit sagen, da steckt, denke ich, jeder drin. Wenn Feuer da ist. Wenn irgendwie was im Geschäft einen Termin hat und es fertig werden muss oder irgendwo ein Stress da ist, eine Beziehung. Wie verarbeite ich das? Wir sind gefangen. Die Bibel nennt das, wir sind gefangen in dieser Sünde. Dass wir gar nicht anders können, als dann um uns schlagen. Und wenn der andere mich verletzt hat, schlage ich zurück oder verletze zurück. Oder bin enttäuscht, bin eingeschnappt, beleidigt, ziehe mich zurück, gehe auf den anderen zu. alle möglichen Verhaltensweisen sind da denkbar. Auch unter uns, auch bei mir. Die Bibel hat das Bild, unter anderem, gibt es mehrere Bilder, aber ein Bild vom Sklavenmarkt. Der Mensch ist versklavt unter die Sünde. Er will das gar nicht, das Böse. Natürlich, wer will denn von uns Böses tun? Hoffentlich keiner. Aber wir können manchmal gar nicht anders. Wir können aus unserer Haut nicht raus. Und da dieses Bild vom Sklavenmarkt, wo Jesus auftaucht als Herr und uns freikauft. Das an sich ist schon eine gute Nachricht, aber es wird noch besser. Wie tut er das? Indem er sich selbst verkauft, sein Blut gibt, praktisch sein Leben hergibt, damit wir frei werden. Und das ist eine Wirklichkeit, die wir hier hochhalten, die wir verkündigen, dass das weiterhin gilt. Ich weiß nicht, unter was du leidest. Viel essen, wenig essen, Alkohol, Thema Sexualität, Geld, ja, es gibt alle möglichen Spielarten, aber es gibt Freiheit. Die Kraft des Wortes Gottes ist real. Jesus ist real. Und diese Wirklichkeit, die soll verkündigt werden, sagt Paulus hier. Gott hat mich erwählt, mich, der ich zuerst die Gemeinde verfolgt hat, mich hat er erwählt, das zu verkündigen, dass es in Jesus Freiheit gibt. Und für diese Botschaft, für diese Botschaft der Befreiung, bin ich sogar bereit, ins Gefängnis zu gehen. weil es gibt nichts Besseres und Kostbares. Und dann das Dritte, was in diesem Text sichtbar wird, das Gebet der Gemeinde. Vor allen Dingen betet. Ich habe mal noch kurz aufgeschrieben, was es in unserer Gemeinde auch gibt. Jungschar, Frauennachmittag, Konzert mit Anne, Kopfermann, Hausputz. Und das sind alles Dinge, die irgendwie auch zur Gemeinde dazugehören und wichtig sind. Aber Gemeinde Gottes zu sein, ist eine geistliche Übung. Dass ich Christ werde, bedeutet nicht, dass ich irgendwo Mitglied werde und irgendwas unterschreibe. Sondern dass ich auf die Knie gehe und sage, Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein König. Ihm vertraue ich mein Leben an. Oder noch etwas steiler formuliert, ihm gehört mein Leben. Nächste Woche haben wir Taufe und diese Woche nochmal einen Taufvorbereitungskurs. Da geht es um dieses Thema. Es gibt nichts Radikaleres im Leben als die Taufe. Auch nichts Schöneres. Aber ich gebe Jesus mein Leben. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Ich mache hier ganz kurz einen Werbeblock. Bibel und Gebet heißt jetzt immer mal wieder auch anders. Jedes Mal seit den Sommerferien hatten wir irgendwie eine andere Zusammenstellung. Es geht viel um das Thema Gebet und Hören auf Gott. Jetzt am Dienstag in einer Woche möchte ich das Thema Taufe behandeln. zur einen Hälfte und die andere Hälfte zum Praxisteil. Also wir werden uns da nicht taufen lassen, aber dass ich ganz persönlich das umsetze und mein Leben ganz neu Jesus anvertraue. Also wer da Interesse hat, inhaltlich nochmal was zum Thema Taufe zu hören oder auch sagen, Herr, es ist notwendig, dass ich dir ganz neu mein Leben gebe, dann bist du am Dienstag in einer Woche hier richtig. Jesus zu erkennen, dass er mein Herr ist und dass er sein Leben für mich gegeben hat, ist ein zutiefst geistlicher Vorgang. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen das Losungsbuch aufgeschlagen hat, da schreibt Paulus, dass das sein Gebet ist, dass Gott euch geben möge, das schreibt der Christen, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis oder der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen, dass wir geöffnete Augen des Herzens haben, erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist unser Gebetsauftrag als Gemeinde, für uns selber zu beten, dass wenn ich die Bibel aufschlage, dass sie kein staubiges oder trockenes Buch ist, wenn dem so ist, und das ist, denke ich, oft der Normalfall, dann bete ich, Heiliger Geist, mach dieses Wort lebendig, dass es wie ein Feuer ist, das mich nicht loslässt, das mich verzehrt. Weil wenn die Bibel ein staubiges Buch ist, dann kann ich es auch geschlossen lassen. Aber es ist wie ein Hammer, wie ein Schwert. Der Geist Gottes macht es lebendig. Und das ist unser Gebet. Für uns selber, aber auch für die Gemeinde. Wir haben jetzt ein paar Highlights, das Konzert mit Arne Kopfermann und dann im November Hoffnungsfest in Klammer Pro Christ mit der Kirchengemeinde zusammen und da werden wir Einladungen aussprechen und alles schön herrichten und hoffen, dass viele Menschen das mit uns anschauen und feiern. Und wir erwarten natürlich auch ein gutes geistliches Programm, aber eine Aufgabe, die liegt bei uns, die überträgt uns Gott, zu beten. Dass hier ein geistlicher Prozess möglich ist. Dass Menschen nicht einfach nur da sitzen und das über sich ergehen lassen, sondern dass sie getroffen sind von dem, was sie hören. Getroffen von Jesus, getroffen von seinem Wort. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal bei dir war. Ich hoffe, das ist noch nicht so lange her. Und wenn es schon lange her ist, dann mach das doch zu deinem Gebet. Jesus, ich will nicht einfach nur meine Zeit hier absitzen. Ich will ein lebendiges Christ sein. Ich will, dass dein Wort mich trifft, dass es mich umhaut. Dass es mich verändert. Das ist das Reich Gottes Programm. Jesus hat es eigentlich am Kreuz getan, er hat uns erlöst. Paulus ist dazu berufen, zu verkündigen und wir als Gemeinde haben den Auftrag zu beten. Zuerst zu beten, dann auch das andere, aber damit wir uns das deutlich machen. Es geht hier um einen geistlichen Prozess, dass Gott hier unter uns am Wirken ist. Das ist kein Selbstläufer. So, und jetzt mein dritter und letzter Punkt, ein paar Praxistipps zum Thema Gebet. Paulus schreibt hier vor allen Dingen bete. Alles andere ist gut, alles andere mag wichtig sein, aber zuerst beten. Es geht um die Priorisierung des Betens. Und wenn ihr die Punkte, die ich jetzt bringe, schon gehört habt, umso besser, dann ist eine Vertiefung, ob wenn nicht, mag ein oder zwei Punkte dabei sein, die dir helfen oder dich auch neu herausfordern. Das Erste, suche die Begegnung mit dem König aller Könige. Ich bin ja fasziniert, ich habe es in der Gim geschrieben, dass Paulus hier die Gemeinde einlädt, für Könige und für die Obrigkeit, also sprich, für die Regierenden zu beten. Offensichtlich mit der Absicht beziehungsweise mit der Erwartung, dass unser Gebet eine Auswirkung hat, einen Impact, eine Veränderung bewirkt. Steiler Gedanke, wie ich finde. Wenn wir das glauben, macht es Mut, heute für die Wahl zu beten, Stimme abzugeben und zu beten. Suche die Begegnung mit dem König aller Könige. Im Gebet geht es um das Gespräch mit Gott. Und gerade in den letzten drei Bibel- und Gebetszeiten oder im Gemeindegebetsabend war das ein ganz wichtiger Schwerpunkt, sich Zeit zu nehmen, sich bewusst zu machen, dass Gott da ist. Kürzlich kam mir der Gedanke, warum beten wir oft so leise und nicht lauter? Wenn doch Gott im Himmel ist, wie hört er uns dann, wenn wir so leise beten oder sogar in Gedanken beten? Ich finde es mal nett, darüber nachzudenken. ist natürlich für Gott kein Problem. Vor allem deshalb, weil er da ist, weil er gegenwärtig ist. Aber wenn ich mir das bewusst mache oder bewusst machen lasse, dass er da ist, wow, was haben wir dann für eine geniale Zeit zusammen als Gemeinde, als Brüder und Schwestern. Es gibt diese schöne alte Tradition, wenn man das Kirchengebäude betritt, einer Kirchengemeinde, dass man, bevor man sich hinsetzt, hinsteht und leise auf sechs zählt und dann sich hinsetzt. Manche sind auch Frömmer, die zählen innerlich auf acht oder sogar auf zehn und setzen sich dann. Nee, eine wunderbare Übung, um sich bewusst zu machen, hier bin ich jetzt im Gottesdienst, ich richte mich auf Gott aus. Wie viele das noch machen, also mit Herzen, weiß ich nicht, aber der Gedanke in sich ist schön. Und davon lebt jede christliche Veranstaltung, jeder Gottesdienst, dass wir uns als Gemeinde das bewusst machen, dass Gott gegenwärtig ist. Und auch, dass alle störende Gedanken, die dann da sein, mögen, dass ich die gefangen nehme und in die Wüste schicke. Manchmal kommen blöde Gedanken aus meinem eigenen Herzen, dann muss ich das irgendwie anschauen, warum ist das so? Und manchmal kommen diese dummen Gedanken auch von außen. Und dann muss ich sagen, halt, stopp. Das ist nicht die Wahrheit. Dass mein Bruder, meine Schwester böse ist, dass sie schlecht sind, das ist nicht die Wahrheit. Stopp. Kürzlich hatte ich eine sehr gesegnete Gebetszeit. Und dann kam außerdem nichts ein wirklich wiedergöttlicher Gedanke. Und dann musste ich diesem Gedanken gebieten. Ich weiß nicht, wie der plötzlich kam. Wirklich aus dem Nichts heraus. Das ist nicht richtig. Halt. Es gibt die Sünde in uns, ja, aber es gibt auch Wirkmächte außerhalb von uns. Und im Namen Jesu zu sagen, nein, dem gebe ich keinen Raum in mir. Ich glaube, das machen wir viel zu selten. Für wen soll ich beten? Paulus sagt hier für alle Menschen, ja, da hat man was zu tun. Bei diesen siebeneinhalb Milliarden Menschen oder wie viele es gerade sind. Entschuldigung, jetzt habe ich eins übersprungen. Für was soll ich beten zuerst? Ganz natürlicherweise bete ich für meine Anliegen, für meine Sorgen und Nöte. Aber wenn das alles ist, warum sich mein Gebet dreht, dann verkümmert mein Gebet. Mein Gebet muss größer sein. Es muss Gott in den Blick nehmen. Sein Regierungsprogramm. Wir beten ja auch im Namen Jesu, ob wir das sagen oder nicht, aber das meint, es geht um seine Belange, so wie Jesus uns das beigebracht hat im Vaterunser. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Da wird unser Blick geweihtet und Gott zeigt uns, was ihm wichtig ist. Und dafür sollen wir beten. Und da sollen wir anfangen. Dann bekommen wir auch die richtige Haltung für unsere Dinge zu beten. In Abständen, in Wellen legt mir, so will ich das formulieren, Gott ist immer wieder aufs Herz ganz verheißungsvoll für Menschen zu beten, die körperlich krank sind. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich das eines Tages erleben darf. Und ich hoffe mit euch hier. Gott hat es getan. Klar bei Jesus, aber auch eine Kirchengeschichte. Und ich kann euch jetzt Geschichten erzählen, die ich nicht selber erlebt habe, aber Freunde von mir, Bekannte von mir, die sind so ermutigend. Und natürlich ist jeder froh, der krank ist, wenn er gesund wird. Ein Hoch auf unsere medizinischen Abteilungen und Ärzte und was wir alles zur Verfügung haben. Aber manchmal gibt es menschlich gesehen keine Hoffnung. Und wie gut ist es da, wenn wir mit unserer Not zu Jesus kommen dürfen. Das ist mein Gebet. Und nicht nur, dass es uns besser geht, sondern auch als Zeichen der Gegenwart Jesu, dass er real ist, dass es nicht einfach nur so eine Goodwill-Aktion ist, was wir tun, sondern es geht hier um einen lebendigen Herrn, der Kraft hat. Und das finden wir auch im Neuen Testament, diese Gebete. Aber wir finden auch bei Paulus, dass er sich nicht nur um das Äußere kümmert, sondern um unseren inneren Menschen. Ganz starken Epheserbrief, Kapitel 3. Dass wir stark werden, egal wie die Umstände um uns herum sind, stark werden, weil Jesus in uns lebt. Und dass, weil Jesus in uns stark ist, wir den Widrigkeiten des Lebens trotzen können. Möge das unser Gebet sein, dass wir innerlich stark werden. für wen soll ich beten? Jetzt kommt's. Für alle Menschen? Zuerst für die, die mir anvertraut sind. Und dann auch für die, denen ich anvertraut bin. Stichwort Politik. Hier unsere Kommunalpolitik, Bürgermeister, Landrat, Regierung in Baden-Württemberg, deutsche Politik und so weiter. dann aber auch für die Menschen, die Gott mir in den Weg stellt. Wo Gott mir vielleicht eine Gebetslast gibt. Wo Gott mir ein Auge gibt, der Person geht's gerade nicht gut. Bete für sie. Manchmal ist es schön und hilfreich, wenn ich der Person das auch sage. Manchmal muss ich das aber auch gar nicht wissen. Sondern es ist wichtig, dass ich für diese Person bete. Und dann gespannt bin, was Gott daraus wirkt. Da schreien Kinder im Hintergrund, aber das ist ganz normal. Wenn ich es richtig höre, rufen sie Hosianna. Die sind gut versorgt. Macht euch keine Sorgen. Ich komme auch schon zu meinem letzten Punkt. Wer bin ich als Beter? So wichtig für unser Gebet die Anrede ist, dass wenn wir einfach nur ins Blaue hinein beten, sondern uns das vorstellen, dass Jesus da ist. Ob hier gegenwärtig oder dass ich in diesem Bereich des Himmlischen stehe. So ist es auch wichtig zu wissen, wer bin ich? Wer bin ich? Und dazu habe ich eine kleine Veranschaulichung, ganz taufrisch. Und zwar habe ich seit wann? Seit Donnerstagabend. Seit Donnerstagabend habe ich habe ich einen Gebetsteppich. Also wenn ihr mich jetzt durch Irringen rumlaufen seht mit meinem Gebetsteppich, dann wundert euch nicht. Ein bisschen verrückt ist jeder hier. Genau. Es ist kein Witz jetzt, was ich erzähle. Den habe ich ganz neu entdeckt. Ich habe meinen Gebetsraum aufgeräumt. Der verstaubt abends mal wieder, wenn er nicht gut gepflegt wird. und dann habe ich den gefunden. Der kommt aus Schweden. Gibt es so leider nicht mehr, sonst hätte ich den gleich bestellt. Und es gibt eine äußerliche Bedingung, man darf da nicht draufstehen mit Schuhen. Und dieser Gebetsteppich, habt ihr gesehen, ist rot und der symbolisiert für mich das Blut Jesu. Das will ich jetzt theologisch hier nicht ausführen um die Zeit. Und viele wissen das, was das heißt. Das ist das Lösegeld, das Jesus für mich bezahlt hat. Und deswegen bin ich frei. Und so darf ich als Gerechtgemachter, als Geheiligter, als Gereinigter vor Gott kommen, weil Jesus mir das schenkt. Und darf im Frieden mit Gott sein. Und auf diesem Teppich lässt sich wunderbar tanzen. Hier verspüre ich absolute Freiheit, weil ich weiß, wer ich bin. Nicht, was du sagst. Ob du sagst, jetzt hat er eine Meise, oder ob du mich gut findest oder nicht, ist mir nicht egal. Aber ist auch nicht wirklich wichtig. Mir nicht egal, aber was wirklich wichtig ist, ist, was Gott über dich sagt. Und das frage ich dich. Wer bist du? Geh mal in dein Herz und frag das. Wer wirklich. Und hier sagt mir das Gott, dass ich sein Kind bin, sein Sohn. Und dass ich absolut rein bin, geheiligt bin, dass kein Makel an mir ist, weil ich auf dem stehe, was er für mich getan hat. Halleluja. Ich muss nach noch auf dem Flughafen fahren, aber so viel Zeit hätte ich noch, wenn jemand sagt, ich will da auch drauf stehen und für mich beten lassen, das würde ich auf jeden Fall noch machen, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Vielleicht findest du was anderes wie ein Gebetsteppich, das dir deutlich macht, wer du bist, wer du vor Gott bist und dass uns das frei macht. Wenn wir vor Gott nicht frei sind, dann fehlt uns noch was vom Erlösungswerk Jesu. Wenn ich vom Teppich 100B gehe, falle ich auch immer wieder aber dass wir das immer mehr kosten, immer mehr spüren, wer wir in Jesus sind. Soweit zum Thema Gebet, Politik und Reich Gottes. Wäre schön, wenn du einen Gedanken hier mitnimmst und den weiterdenkst und vielleicht auch für dich in die Tat umsetzt. Ich bete mit uns. Liebe Herr, ich möchte auf diesem roten Teppich stehen und das macht mich glücklich, weil mir das noch mal so vor Augen führt, wer ich bin vor dir und wer wir als Gemeinde vor dir sind. Du schreibst es den Gemeindegliedern in Korinth durch Paulus. Sie wissen, wer sie waren und wer sie jetzt durch dich sind. Gereinigt, geheiligt, neu gemacht. Herr, durch dich geschieht wirkliche Veränderung, Veränderung unseres Herzens. Und ich danke dir für alles, was du hier in unserer Gemeinde schon getan hast in den letzten 124 Jahren und was du auch in der Zukunft tun wirst. Und du siehst, wo wir stehen, ob wir in der Mitte dieses Teppich stehen oder drum herum schleichen. Herr, du hast mit jedem seinen Weg und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du an uns wirkst, dass uns das Herz weich machst, unser Herz durchbohrst, wir auf die Knie gehen vor dir und sagen, ja, du bist unser Herr, ja, du bist unser Vater im Himmel, dass sich das Herz herausgerissen hat, weil er uns so sehr liebt. Herr, dass wir deine Liebe empfangen, dass wir deine Liebe immer mehr empfangen und dass deine Gnade uns verwandelt, Herr, dass die harten Hände sich öffnen und dass die harten Herzen weich werden. Herr, ich danke dir, dass das die beste Politik ist für Deutschland und das segnet auch unsere Politiker damit, dass es noch viele gibt, die dich als den lebendigen Gott erkennen. Segne du sie und so danke ich dir für diesen Wahlsonntag, danke dir, Deutschland und auch unser Leben in deiner Hand liegt. Wir ehren dich dafür. Amen.